Mein Mann und ich machen hier oben Fotos und ich mache es schon seit 20 Jahren hier oben, komme ich schon zum Ring. Mein Freund fährt das 24-Stunden-Rennen und deswegen bin ich mit dabei, unterstütze ihn. Für mich ist es wirklich großartig, weil ich meine, das ist der schönste Weg der Welt und man hat hier so eine große Atmosphäre. Autos sind immer was Schönes, ob das jetzt für einen Mann ist oder für eine Frau. Das ist für jeden interessant, würde ich sagen, da macht man keine Unterschiede. Ich bin auch total auf Auto, auf Motorsport, das ist genau mein Ding. Mir selbst fahren Aachen Mustang und es ist einfach ein Traum hier. Es ist einfach ein Traum in der condemnation. Blatt mit einem Platz. Bei uns ist es, aber er hat sich Three'ATA gefllets raus und eine Frage. Ich gehe aber einen Atmosphäre für einen Aufwandweg auf. Und beerет dich gegen assignments. Aber man hat diese Haben jeden싶